Ja meine Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist es mal ein Special, da der gute Daemon heute Geburtstag hat. Er ist nämlich 15 geworden und deswegen gibt es heute ein super, tolles, speziales Video. Oh scheiße. Ja, über was wollen wir jetzt reden? Alle. Wie sitzt du vorbereitet? Ja. Ja, also ich spiele ein bisschen CSGO, ach jetzt CSS. Oh Mensch. Und der supertole Harmonix wird euch jetzt eine Story erzählen, was wir heute in der Schule gemacht haben. Was haben wir heute gemacht? Du weißt doch, was wir gemacht haben. Haben wir irgendwas gemacht? Ja. Was denn? Wir sind rumgelaufen. Oho. Krasseste Geschichte. Oho. Also, der Daemon haut hier wieder Geschichten raus, meine Freundin. Ich weiß gar nicht, ist das hier nur Copyright Musik? Ach Jun. Er ist ja auch egal. Ah. Er ist jetzt eigentlich noch zu sagen. Ich habe heute Geburtstag und... Alle mit netzendem Begriff und Stemmung gestört. Mensch. Hä, was? Ich habe nicht zugehört. Hey. Fiesling. Ich habe jetzt hier so ein paar Runden CSS. Nee. Und dann... haben wir das supertole Special auch schon hinter uns. Ja. Irgendwie nichts Besonderes. Ja, nothing special. Oh, scheiße. Ja, schlechte Vorspiele kann man doch überall bringen, oder? Aber da wird noch ein Special kommen, also irgendwas Besonderes. Ein Kuchenback-Tutra-Rede. Exklusiv vom Demp. Ich backe mir ja nicht selber die Backenmediate. Ja, Mann. Oh, Mann. Wie ist für mich in der Aufnahme typisch? Das geht jetzt erst mal direkt auf Twitter. Lustig. Ich glaube, dieses Video wird später gesperrt, Mann. Warum? Weil in dem Game hier, weil ich ja bin, kommt immer wieder eine Runde vorbei, ist doch Musik. Och, Junge. Einer der Trends bei Twitter ist gerade Hashtag Spitzestifte. Hashtag Spitzestifte. Ja. Hashtag Spitzestifte. So, Leute. Ich werde noch mal ein Video machen, wo dann wirklich ein Special kommt. Aber das war jetzt irgendwie nur so ein Ankündigungsvideo für den Special. Also. Haut rein und. Wir sehen uns beim nächsten Video. Und das Schlusswort kannst du haben. Hören wir nichts. Hören wir nichts. Hören wir nichts.